das ist doch jetzt muss das jetzt sein den stuhl muss ich ja mal auspacken kannst du hilfst da nicht wirklich eigentlich gar nicht so kann ich jetzt hier auch nicht weiter mit messer und das alles gehen wir mal ein bisschen vom lappen hier stuhl da muss ich alles noch mal schnell auspacken und dann vielleicht auch noch zusammen bau ja wer ist immer so neugierig wie heißt das mädchen wer ist immer so neugierig ja ich hab dich auch liebe ganz toll ja